Moin Leute, herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Minecraft Story Mode Staffel 2, Episode 2. Ich würde sagen, wir verschwenden gar nicht viel Zeit und drücken direkt auf Spiel, fortsetzen. Oh oh. Bleib nahe. Ich glaube, der Typ ist einfach ein Verlust. Ich glaube, der Typ ist einfach ein Verlust. Ja, definitiv. Mann, wo ist das Lama? Oh. Oh. Hey, Jesse. Uh, can we, um, talk? I'll just walk a little more over here. Oh, right. Uh, haha. Me, me, me too. About that trip with Jack. I promise it's not like it seems. It's just a little trip. A little time away from Beacontown. Haben wir irgendwas falsch gemacht? Das, beziehungsweise wir wurden nicht mal eingeladen. Und du hast mich nicht geholfen. Du hast mich nicht gesagt, bis ich dich getroffen habe. Ich, ich dachte, du wäre beschäftigt, mit all der Rebuildung und alles. Ich, 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 ich bin wirklich sorry, dass es so passiert ist. Ich, ich, ich war einfach so begeistert, dass du mit realen Hardcore-Adventurern wieder hängen bist. Und, especially, because I was worried that you, that you didn't need me anymore. Hä? Wir sind doch immer noch ein Team. Natürlich brauchen wir dich. Patrick, of course I need you. That's ridiculous. Ugh. See, this is why it would have been so much easier if you hadn't found out like this. It's just... Everything's so different from when we first became friends. Everything's... Changed. Lucas, Axel, Olivia, they all changed too. They found what made them happy. Their... thing. But me? I still haven't found mine. Do you know how hard that is? How that feels? Du, du bist ein ganzes Abenteuer. I mean, I'm honest, it does seem like adventure is your calling. The open road. Right? That's... Kind of what I thought too. Uh-oh. He's got it. Ha! Das Lama! Ha! Luna? Ha! 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 Ist doch niedlich! This is Luna. She's kind of cute, right? We returned her to her owner, Stella. She is cute, isn't she? Everyone get away from my Lama! Was will die denn jetzt schon wieder? Du sollst nach Hause gehen. Stella, listen, I don't know, what you think you're doing here, but you should get home. It's dangerous. Trying to hog all this, whatever it is, for yourself. I see your game. Die ist komplett bananas. Okay. What is going on here? Lucas, this is Stella, the leader of Champion City. This is Jack, Voss, and Radar. Jacques, was it? As in, the legendary champion? So, what exactly are you doing here, Stella? My beautiful city is currently covered in a hideous coat of snow. That's what. I came out to investigate and surprise, surprise, it's you. Wieso geht sie allein? Ja, es überrascht mich, dass du alleine bist. Huh. That's what you think. But when Champion City is threatened, I am not going to refuse the call. I believe we have it well covered, Miss. We're on our way to find a mighty adversary. And set things right. Alright. Let's say I believe you. I suppose I'll just have to find a way to fix it. It's my world too, after all. You'll see, I'll fix it all on my own. I don't need any of you. Geh runter von dem Lama. Wow. The moon is stuck. Der Glück? Okay, that's freaky. So, Stella. You were saying? I was saying that maybe I'll stick around for a bit? Just to keep an eye on you. Ich vertraue dir so null. You know, I've been thinking about it and I totally agree that Adventure is probably the closest I've got to a thing. But did this adventure really have to include Stoa? Kann die nicht selber gehen? Also ich mein, Lamas sind... Sind das so Tragetiere? Sind das nicht eher dann... Ja, ich bin ganz einer Meinung. Ich bin genau da mit dir, Jack. Das ist unglaublich. Es ist wie ich dir sagte, Radar. Keinmal ein witziger Moment. Hey, found the clock. Oh, perfect. But how are we gonna get up there? Well, the admin mentioned challenges. I'm guessing there's gonna be, like, obstacles or something when we get... Wait, do I have this right? Are you telling me that this admin is so powerful he built all of this instantly? You sound almost jealous. Almost? Of course I'm jealous of power like that. Power is how the world is run, little man. It's what people respect. What they listen to. Nicht in meiner Welt. Warum neidisch sein? Stella, there are more important things than who has the most power. Huh. I wonder who he would agree with. Stella, you'll never change. Oh, I thought I recognized you. You're the quitter who used to work on my inventory management team. Wait, 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 do you two know each other? Yeah, I, yeah. I used to live in Champion City. What? I don't know what he told you to get on this little team, but I don't think he even knows how to use a sword. Oh, you don't know anything, Stella, so... Hey, let's see if I didn't feed him. How do you put up with that little voice of his, Jesse? I know I never could. I'd leave him alone if I were you, Stella. Unless you want to try me again, that is. If I remember right, that didn't work out so well last time. You act so high and mighty, but you really are just a bully sometimes. You know that? Come on! Come on! Sie ist... Sie ist auf gut Deutsch gesagt, immer das Arschlo. Thanks, Jesse. I appreciate that. I'm not the person, she thinks I am anymore. I've changed. And I can prove it. I can be different. Braver. Das ist die richtige Einstellung, Alter. I'll do it. Yeah, you've definitely changed, Radar. It's always important to try and grow. Yeah. And I promise, I'll make you proud. Ich vertraue ihm jetzt ein bisschen mehr. Ich dachte, er wäre so ein bisschen sneaky. Und schon nur so, als wäre es im Lauf. I haven't seen anything that grand since the last time I visited the overcompensating builders of Igesh. No kidding! Oh. Ein Hebel. Oh boy, mein Lieblings. Mystery Levers. Okay. Ja, ziehen wir einfach mal an den mysteriösen Hebel. Übrigens, falls ich mir an der Backe kratze, ich glaube, mich hat über Nacht so eine blöde Mücke in die Backe gestochen. Und das nervt mich gerade Tiere. Scheiße. Hey. Oh, Feuerwerk. So ganz nett. Dankeschön. Okay, what's going on? Please, please get around. Don't be shy. Here we go again. Oh, look how many of you there are. Lovely. Your choice of company. Yeah, I don't know. I mean, this place is really for the best of the best. Not, how do I say this, losers? Mr. Admin, mighty sir. I'm Stella, founder of Champion City. Maybe you've heard of me? No, never. It's actually perfect, Champion. I can see you all have dreams of greatness. It's very cute. This construct before you, it's meant to see who's worthy of that greatness. Separate the strong from the weak. So, we'll see how your little companions do. Meine Kollegen sind nicht schwach. Ganz ehrlich. Don't even worry about it, because my friends here aren't weak. Mm-hmm. Cool. If you say so. Come now, don't be that way. This, this is all for you. New creatures of my own design, as well as mining fatigue, at every turn. Wouldn't want you cheating, of course. I don't like rule breakers. It's simple. You all want to get to that clock, but only the best of the best gets to partner up with me in the future. But that could be you. Cook this place up just for you. Wir wollen nur unsere Stadt, was labert ihr denn von Partner? Das ist nicht das ganze Motiv, das sieht einfach aus, als ich für eine Lame-Panzer bin. Ich bin hier, um meine Stadt zu retten. Natürlich bist du, denn du bist ein Hero! Das ist großartig! Oh, ich bin einfach so ecstätig, dass du die Dinge in meinem Weg gesehen hast. Ich bin froh! Also, wie geht es, dass wir dieses Show auf die Straße bringen? Oh! Ey, ich kann den Typen nicht ernst nehmen, solange er so ein komischer Schneemann ist. Ganz ehrlich, der Koloss war ein bisschen angsteinflößend, aber dieser Schneemann... Oh! Oh, das ist es dann! Der Weg ist abgelöst! Ja! Jetzt glaube ich, der einzige Weg raus... ist durch! Ja, und die Klappe schrauben! Well, wir werden nicht alle die Klappe schrauben. Sag was jetzt? Du warst der Admin! Er will nur das Beste der Beste! Und das werde ich sein! Oh... 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 Entschuldigung, Handsome! Kannst du jetzt mal quitteln! Halt mal die Füße still, Stella! Na, Alter! Ich nehme dich runter! Oh, ich wusste, dass du mein Rival, Jesse! Wenigstens reitet sie nicht mehr auf dem Lama! Wow! Es ist... Es ist unglaublich! Oh, mein Cards! Ich bin nicht sein Kumpel! Ich bin nicht sein Kumpel! Okay, hang on a sec! I am not the Admin's little buddy! I'm just saying! You two were looking pretty chummy up there! Come on, Luna! Enough of these losers! We've got treasure to find! Hey! Was wollte der da gerade machen? Hey! Behandle Luna nicht so! Bleib hier! Oh, come on! Well! That is certainly a woman who knows what she wants! Are you kidding? She's nuts! Ah! Well! No one knows better than me that the Admin's traps and constructions mean business! You've got a point there, old friend! I don't want to see anyone else get hurt! Yes! And it's like the Admin said! Not everyone here might be up for the task! I mean, no offense by it! Just... Ach, Quatsch, Alter! Wir beweisen dem Admin, dass er... ...verkackt hat! Ah, fine! But if something happens to them, that's on you, not me! Come with me, Jack! Let's try and scope this place out! Ja, weil jeder ist hier ja freiwillig, ich hab ja niemanden gezwungen! I... I'm gonna go talk to them! Well, I have never been so offended! Not in my whole life! Yeah, that... ...wasn't the coolest! Wasn't the coolest? Oh, now... ...miss-filing your Acacia-Wood during Material-Organization-Week... ...is it the coolest! Alter, jetzt geht der Bananas! That was... ...a striped too far! But just because I'm not some... ...sort-swinging me... ...miss-filing me... ...and just walk all over me! They think they... ...they look at me... ...and my... ...well, my skinny little arms... ...and they think they know me! They think they know me? Well, they are wrong! Dead wrong! I mean... ...I have been an embarrassment sometimes... ...but it stops here! It ends today! And... ...I... ...I guess I'm done. Sorry. I need you to remember that out there, the world is stuck in eternal night. There are a lot of scared people back in Beacontown who are counting on us. You're right. We were talking and decided that it would be best... ...for everyone... ...if Radar stays here... ...with Lucas... ...while we go get the clock. Aber warum? That's it, Luna, darling. She's got the clock sent! Later, losers! We're wasting time! Wait! The admin built this whole place to eliminate people, right? Trick them? Sure, it looks like Luna found something... ...but that's... Just what the admin wants us to think. You saw the Llama! Jesse? You're coming, right? Nee... Sorry. Ich... Ich vertraue Radar. Er ist ein smarter Typ. Ja. Mit Lucas gehen. Perfekt. I gotta go with them. Be safe, okay? Deine Geschichte verändert sich. Oh, damn. I knew you'd make the smart choice. Man soll sich eigentlich nie aufteilen. Das ist eigentlich immer das Dümmste, was man machen kann. Aber... Ich glaube auch, dass er Ben einen verarschen wollte. Alter. Ich finde, das sieht immer so geil aus. Aber die anderen fahren da auch alle rum. Oh. Oh. Das ist natürlich gewesen. Oh. Erinnert mich ein bisschen an die wilde Maus. Na. Das ist die einzige Weg zu ven. Ja, ich denke da fast, wie du anst. Wie war diese Leute los? Definitiv. Was ein rush. Ich bin schon schade. Ich bin schon okay. Ich bin schon gut. Ich bin schon so sorry. Ich bin schon gut. Lass ihr Zeit, Raider, alles gut. Das ist ja schon ganz gerne die Minecraft-Tropfen. Was ist das? Ja, ja, gib uns mal einen Tipp oder so. Was ist das? Ja, spielen wir hier. Wir sagen nur, ich hoffe, dass du gut fühlst mit deinen Archer-Skills fühlst. Zwischen dich und ich, Champion, ich bin weniger worried über deine Archer-Skills, als ich über deine Wahl von Kompanyons fühle. Mal schauen, ob ich ein bisschen... ...dass ich ein paar Hände, um zu helfen? Wo? Wie? Er ist kein Jesse. Aber er ist besser, als der andere Mann, oder? Oh, 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 dear. All you need to do is activate the shooting gallery, hit all the targets and the door will open. Haha, easy, right? Okay, wo Leute teleportieren kann. Das ist halt so krass. Oder ist es eine Art Klon? Oh, jetzt haben wir, jetzt haben wir wieder ein Rätsel. Dafür bin ich ja immer perfekt geeignet. Was bringt jetzt hier die Werkbank? Okay, gucken wir hier mal. Äh, ein Trichter. Ähm, gucken wir uns einfach mal an. Ja, dann gucken wir uns den mal an. Ah ne, verwenden, hä? Pfeile? Äh, dann drück noch ein paar mal drauf. Now I just need a bow. Huh? Da kamen direkt 50 Pfeile raus. Okay, wir haben eine Torch. Da hinten... Ah, okidoki. Ansehen. Dann nehmen wir uns da die Spinnennetze. Dann werden wir wahrscheinlich noch ein paar Sticks finden. Und dann craften wir das Ding. Da ist ein Schwein. Also ein Plüschtier. Wieso steht da Flucht? Hä? Okay, das war wohl... Einfach ein Übersetzungsfehler. Was geht ab, Boss? Bist du der Echte? Boss, bist du okay? Oh, Jesse. Es war die größte Sache. Eine Minute da. Die nächste Minute... Puff. Well, willkommen zur Party, ich glaube. Ich weiß, dass ich nicht am besten bin, in dem Zeitpunkt, dass wir uns gemeinsam kennen. Aber ich versuche, ich weiß, was ich mache. Ja, ich... Ich glaube dir, Alter. Er braucht Selbstvertrauen. Man muss seine Leute ja auch motivieren. Ich meine, es wäre mega gemein gewesen, hätten wir zu ihm jetzt gesagt... Ja, pff. Eigentlich bist du eine ziemliche Tomate. Also mit dir können wir nichts anfangen. So, da vorne ist die Tür mit dem Pumpkin. This could be our way out of here. Könnten wir vielleicht... die Pfeile mit der Torch irgendwie... zum Brennen bringen? Um dann den Pumpkin irgendwie zu entzünden? Schießstand, ja. Ah, toter Strauch. Da steht wieder Flucht. Ich will den einfach nur abbauen. Jo, gib mir Sticks. Dankeschön. Okay, dann craften wir jetzt erstmal den Bogen. und dann werden wir ein bisschen ballern. Verwenden. Da wird es zumindest richtig übersetzt. Keine Ahnung, was da los war. Okidoki. Einmal einen Bogen. Eins, zwei, drei. Ich hoffe, ich habe das Rezept noch richtig im Kopf. Erstellen. Sauber. Perfekt. Danke für den Bogen. Nice. Sweet. Let's tear up some targets, huh? He really reminds me of us. You know. Back in the day. Eager to make his mark. Always ready for whatever's around the next corner. Du bist ein guter Freund für ihn. Du bist ein guter Freund für ihn. Ja. Er lernt von der Beste. Komm schon. Wie soll ich das stupide Ding aufhören? He he. Looks like he needs our help. Ok. Ziele zerstören. Schießstand. Ansehen. Ich weiß zwar nicht, worauf wir jetzt ballern sollen. Hä? Ich verstehe mich mit ihm. 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 He he he. Ich denke, wir müssen zurück zu diesem Ort herausfinden, hm? Wir werden es. Ja. Hä? Aber was muss ich denn jetzt... Ach so, warte mal, da hinten... Kann ich das damit einfach starten? Weil hier kann ich ja überhaupt nichts mehr drücken. Aber hier vorne diesen Pumpkinstüssel... Ne, damit kann ich auch nichts machen. Hä? Miamo confused. Ich meine, wir können nichts drücken. Den Hebel können wir auch nicht auslösen. Ich kann mir jetzt... Ach, da oben! Schießen! Das habe ich nicht mal gesehen. Nice, wie auf der Kirmes. Hä? Hattetetee. Hey, jetzt hat er auch auf einmal einen Bogen? Okay. Shoot! Der mach ich. Don't shoot. Achso, okay, die Villager und Edgar, da will ich nicht töten. Aber eben die ganzen Zombies etc. Okay. Bat. Trevor. Perfekt. Der kassiert auch. Der da oben ebenfalls. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Wahrscheinlich kommen jetzt gleich die Don't shoot Ziele. Phase 2. Den erwischen, den erwischen. Aber den hier unten nicht. Perfekt. Ich hab gewonnen. Das war natürlich jetzt mega schwer. Achso, nochmal eine Runde. Zack. Erste Runde. Eins, zwei, drei. Und jetzt werden wahrscheinlich wieder die anderen kommen. Da, komm. Oh, den nicht. Den auch nicht. Den auch nicht. Den dafür aber. Krats. Und Runde 3 geschafft. East get wrecked. Kommt jetzt noch was? Oh, noch eine Runde. Eins, zwei. Den nicht. Dafür aber den. Den auch. Also ich glaub nicht, dass wir das jetzt noch großartig verkacken. Den. Den. Den auch noch. Den hier unten auch nochmal. Müssen die eigentlich alle erwischt haben, oder? Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kommt ja eigentlich das, was am schwierigsten sein müsste. Den nicht. Dafür aber den. Hallo? Wo ist mein... Mauszeiger? Den da oben nicht. Aber dafür den. Den nicht. Hey. Manchmal ist es so richtig komisch. Dass man dann nicht mehr seinen Pfeil, also nicht mehr das Fadenkreuz sieht. Okay, geschafft. Komm, jetzt reicht das auch mal. Ja, danke. Ich weiß. Ich bin krass. Was hat... Wie sieht's aus mit Lukas? Perfekt. Was kommt jetzt? Okay. Was geht hier jetzt ab? Was ist das da unten? Oh. Ulem. Mit dem Pumpkinhead. Okay. Nein. Nein. Achso. Ich dachte, das wäre irgendwas, dass man sofort stirbt. Okay, Leute. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen aufpassen. Okay. Es springt einfach schön darüber. Und dann machen wir das. Und dann machen wir das. Das ist kein Problem. Meine Damen und Herren. Wir sind jetzt schon bei fast 30 Minuten. Und ich wollte die Parts meistens immer so 30 Minuten lang halten. Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der zweite Part. Morgen um 12 Uhr geht es natürlich weiter. Lasst eine kleine Bewertung da. Und dann sehen wir uns bereits wieder. Am morgigen Tag. Mit einer neuen Folge von Minecraft Story Mode. Leute. Habt noch einen traumasten Tag. Haut rein. Ciao, ciao.